Musik Der Brückenpanzer wird vor allem eingesetzt für Hindernisse zu überqueren, sei es ein Bach, sei es ein Fluss, sei es andere Hindernisse was ja auch eine grosse Aufgabe von uns Panzersapieren ist. Auf dem Brückenpanzer gibt es zwei verschiedene Brücken. Einmal eine 26 Meter Brücke oder zweimal eine 14 Meter Brücke. Musik 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 Der Brückenpanzer ist aus einem Leo 2 Chassis gemacht worden, mit einem 48 Liter V12 Motor. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.